Guten Tag, mein Name ist Jérôme Luling und in meiner kleinen Sendung letzte Woche ich lehre, ich spreche mal heute über Modalverben. Und dann gucken wir mal das mal an, hier ist ein Exerciß, was für ein Verb passt. Und dann gucken wir mal das Wort, ist müssen, dürfen, sollen, können und wollen. Mussen drückt eine Obligation aus, il faut. Dürfen drückt eine Erlaubnis aus, die Erlaubnis ist, um etwas zu machen, je suis autorisiert. Sollen, das ist eine Rekommandation, ein Rote, ein Konseil, ihr seid supposiert zu machen. Sollen, können drückt eine Möglichkeit, eine Möglichkeit aus, ich kann das, ich kann das, ich kann das, ich kann das, können. Und dann wollen, das ist ein Wunsch, ich will das, ich will das, ein Sohn. Und das ist dann meistens mit einem Infinitiv verbunden. Et das Verbundenheit zu finden, hier muss, darf, soll, können, wollen. Et das Verbundenheit ist heute kein Erlaubnis und dafür kann ich hier wohl nicht mehr sein dürfen. Wenn ich hier ein Fehler mache, ich tippe ihn zum Beispiel, hier muss ich nicht finden. Und das Verbesserung, ich habe hier jetzt gesehen, da ist das blaue Knäppchen, da weiß man, hey guck, das ist falsch. Wenn ich hier eine andere Sätze, zum Beispiel, hier soll ich nicht finden, wenn ich verbessere, dann sieht man, hey, das ist falsch. Aber wenn ich hier noch ein Fehler mache, also für dritte, hey, will ich nicht finden. Da weiß man, hey, das ist falsch. Und da kriege ich ein Fragezeichen, da hinten, und das ist die Lesung. Hey, darf er nicht finden. Das heißt also, der Gritte auch automatisch eine Lesung proposiert, wenn da dreimal ein Fehler macht. Also, hey, darf er nicht finden. Der Doktor sagt, es wäre besser, wir gehen kein Alkohol trinken. Es wäre besser, es wäre besser, denn das ist also eine Rekommendation. Der Doktor sagt, wir sollen, wir sollen kein Alkohol trinken. Drei, hätte ich eine Kopie vom Rezept, da das ist ein Wunsch, wollt ihr eine Kopie vom Rezept. Ich brauche das Medikament nicht mehr zu holen. Ich habe das Medikament nicht mehr zu holen. Ich brauche, ich gebe das Medikament nicht mehr zu holen. Es ist mehr notwendig, es muss mehr zu holen. Ich brauche das Medikament nicht mehr zu holen. Ich brauche das Medikament nicht mehr zu holen. Ich tippe aber mal, ob ich das Medikament nicht mehr zu holen. Als es meistens direkt ein Rendezvous beim Doktor zu kriegen. Als es meistens ... Was können wir da wollen? Kann. Ja, als es meistens geht. Als es meistens kann ich direkt ein Rendezvous beim Doktor kriegen, wenn ich geliebt. Es ist obligatorisch, die Visitenzeiten am Spiegel zu respektieren. Ja, das ist dann eine Obligation. Und da muss es so sein. Ihr müsst die Visitenzeiten am Spiegel respektieren. Interessant. Wird eigentlich die Visitenzeiten und eigentlich die Visitenzeiten. Nummer sieben. Sieben. Es ist nicht gut, dass es so viele Säßigkeiten zu essen. Säßigkeiten in der Züchlerie. Es ist nicht gut. Säßigkeiten. 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 Da führt also die Fusion aus andem an. Andem geht am. Gäf dir gerne ein Resultat von Ehrenanalyse gesehen. Da muss es pluriel sein. Von Ehrenanalyse gesehen. Und das ist ein Wunsch. wollt ihr das Resultat von einer Analyse gesehen? Von der Dessangulier wird das von Errach-Analyse. Für den Haus zu kaufen, also nicht obligatorisch ein Rezept zu haben, für den Haus zu kaufen, musst dir kein Rezept haben, der könnt noch so kaufen. Oder ein Ordnern. Es ist gut, alldurch ein bisschen Bewegung zu haben. Und das ist gut, kann ich sagen, ihr sollt alldurch ein bisschen Bewegung haben. Und das ist ein Exerciß, das ist ein Zusatzmaterial von dem Buch und ich will jetzt die letzte, wo ich 1, 2 und dann verbessern wir das. Ich bin selber gespannt, ich weiß nicht, ob das alles richtig ist. Und jetzt die blauen Knäppchen klicken. Fantastisch! Alles richtig! Juppi! Und das wäre doch schon nächstes, da ging ich Hannescht an mein Handmenü und ich weise euch nach meinen Kontaktadressen, du siehst, exerciz.lu, grammeer.lu, ich bin auf Facebook, auf YouTube, und die Bischer-Martin schaffe, wir haben Tabellen auf Letzebüch, 170 Witzer ob Letzebüch. Merci für eure Aufmerksamkeit, bis hoffentlich geschwün, au revoir!